Let's go, dig out. Komm schon, Baby. Oh my God! Oh my God! Das ist der beste Skin ever! So, schaut mal was wir hier wieder vorbereitet haben. Seht ihr wie die Augen von Isa immer mehr und mehr und mehr glänzen? So, schaut mal hier, chat, was ich getradet hab. Von Cynics, genau so ist es. Wie werdet ihr ausgeschworen? Was von wem? Cynics. Cynics, Kuss. Searings. Ok, cool. Wir fangen an. Ach der ist riesig gebannt. Was ist gestern passiert? Hat er gestern reingeschwinkert bei 700 Kisten durch Gold? Oh my! Ist nicht schlimm, später. War der frech? Gold ist gewollt! Ja. Willst du dich auch mal in Zukunft kommen? In CSO ein paar Packs? Ja. In der Beziehung, das wäre nochmal enger zusammenschweißen. Das Hobby verbindet einfach. In einer Anime-Welt, wo ein Anime genauso aussieht wie Isa und du bist ihr Freund. Wenn ihr kuschelt und sie hat ein Höschen an, wo CSO-Kiste drauf ist. Und drüber steht goldes Geräusch. Bruder! Nein! Übertreiben! Das kannst du machen, wenn nächstes Jahr wieder frohe Poster ist. Guter Artikel, ja. Dann kannst du das gerne in NSO-Timent aufmachen. Entwandeln mit einer Nassim-Maueln-Boxer-Shorts. Was? Ich glaube... Oh, ich guck mal, was ist das? Oh, 0,1. 0,1. Zeig nochmal. Oh, das ist schlecht. 0,01 wäre zum Beispiel gut. Dann haben wir noch die Trade-Ups für Töd. Die M4A1, die hat Marcel schon, aber doppelt halt besser. Äh, Icarus-Fair. Ich will einfach nur schütteln. Wow! Yay! Und das ist das Ding, nämlich. Weil Sman und ich haben die Trade-Ups eingekauft. Marcel hat nicht eine Ahnung von dem Skindle, der rauskommen könnte. Das ist doch scheißegal. Ich bezahle den Pest aber. Hauptsache, der hittet. Ich hatte ja zwei Euro-Donated-Tame-Monte. Oh, ja, perfekt. Da muss man ja... Okay, dann. Ich bin schon vorbei. Dann krieg ich jetzt ein paar Euro. 24. Gold! E-Spot 2014 existiert. Oh, nicht. Alle toll. Gold! Oh, mein Gott! E-Spot! E-Spot! Warte, 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 warte! Musik aus, Musik aus! Oh, mein Gott! Warte, 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 warte! Warte! Komm her! Spoilert nicht das Pattern! Wenn sich einer mit Pattern auskennt, nicht spoilern! Nicht spoilern! Oh, mein Gott! Ja, warte, 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 wir müssen drehen! Oh, mein Gott! Ja, ja, warte, wir müssen drehen, wir müssen drehen! Dreh, 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 dreh! Warum? Das andere ist die Playside! Oh! Oh! Oh, mein... Ist das ein gutes? Nee, sch... Ja, aber das ist nicht die Playside. Das ist die Playside. Ja, genau. Die sind mit Gold oder nicht? Nee, das ist nicht Gold, Digga. Das ist Ranz. Unabhängig jetzt von der Pattern. Okay, take it all day. Alter, die andere Seite war entscheidend, Digga. Back to back, warte! Back to back Gold! Back to back! Back to back! Ah, weg, Arschloch! Also, real money ist das 700 Dollar, schreibt Sandro. Ist so. Ja, fertig. Getestet. Oh! Ah! Super! Ist doch ein bisschen doof, wenn wir immer die gleichen Kisten... Ah! Guck mal, wie schön! Ja, find ich den Arsch! Ja, ist auch schade, dass in zwei Wochen einfach in Deutschland Kisten verboten werden, ne? Noch in zwei Wochen ein ganzes Haus noch verballern! Was?! Wie krass ist das hier? Ähm... Ja, die Trade-ups gut. Ganz ja! Ist jetzt weg! FN! Oh! Ist jetzt weg! Lass es FN sein! Bitte, bitte FN! Ist nicht FN! Warum nicht? Vielleicht minimal? Minimal! Ganz knapp! Guter Spiel! Ja, Mann! Ich bring Glück! Wie viel? Sascha, take it! All day, all night! So, Gold ist gewollt! Juhu! Medi-Cargo! Du kleiner Pisser! Oh! Back-to-back! Uuuuh! Haha! Was ist das? Es ist schlechter, aber es stimmt! Egal, ey! Was? Gold, Alter! Äh, rot! Ey, Isarwasser! Geh! Gold! Ich werd' dir verarscht! Ich werd' dir verarscht! Take it! 0,08! Das ist ein schöner Skin eigentlich! Guck mal, die AKs Stat-Track-Fabrik Neue kostet so 1.600 Euro! Ah! Ah! Ja, aber die ist nicht gewählt! Isar, zieh mal ein bisschen besser! Was ist das? Ich geb' schon Gas! Nee! B, Ronny, danke! Ich geb' dir selbst! Hey! Besser ziehen, hab' ich grad' gesagt! Oh Gott! Und dann aber Kiss Me Füßen, ne? Du hast 350! Ah! Stück Scheiße! Die ist super! Gelb, Mann! Hast du nicht gehört? Gold ist gewollt! Digga, der T-WZ drückt, ne? Nein, die mal am Schlaf! Wie? Keine Ahnung! Warten bis zu... Weißt du? Ich kann mir auch vorstellen, dass wir schon... Okay! Er ist nicht da! Da pech gehabt! Er ist nicht da! Oh! Oh! Ah! Oh! Schade! Aber geil! GG ist voll geil! Ja, aber so leise... Take ich! Nehmen wir! Nehmen wir! Nehmen wir! Zustand! Schmutz! Schmutz! Was ist gewollt? Was wollen wir? Oh! Back to me! Okay! Minimal aware! Ja! Man! Anwesenheitspflicht! Okay! Fünf! Vier! Drei! Oh! Warte mal! Fünf! Vier! Drei! Zwei! Hä? 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 Sascha! Dein Problem! Deine Freundin! Jetzt klären! Hast du einfach draufgedrückt? Ja! Es war bei drei! Und es war schon acht insgesamt! Oder sieben! Ich sag euch eins! Der Finger hat gekitzelt! Ich konnte nicht! Ich bin Gottes froh! Das ist nicht böse gemeint! Dass Isa nicht die letzten Male dabei war, als es um eine Dragon Law ging! Oder um eine Gung Nier! Weil dann wäre ich hier wirklich Schicht im Schacht! Das ist Müll! Schweiße! Das ist falsch! Das wollten wir nicht! Das wollten wir nicht! Einmal reinbeißen jetzt! Ja, hab ich doch dran! Richtig reinbeißen! Ist egal ob Nutella im Mundwinkel ist! Oh mein Gott! Ich hab wenig Nutella gemacht! Was? Hä? Fünf! Das sieht schlimmer aus! Zich! Nein, gar nicht! Drei! Zwei! Null! Drei! Zwei! Eins! Abfall! Ey! Ich hab aus Reflex mich gefreut wegen AWP! Minus! Drei! Zwei! Eins! Muss kommen! Ja! 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 Das ist Profit! Das ist gut! Ja! Sehr gut! Das ist gut! Es kam! Es kam! Das erste Mal! Das wäre die Dragon Law gewesen! Oder die Gummi! War aber 25% der Trade-Up! Eins! Zwei! Drei! 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 Zwei! Eins! Zwei! Das tut echt weh, ne? Weil ich hab die Skins vorher wirklich zum Teil für Trailer für 200 Euro gekauft! Chat! Was wollen wir? Was wollen wir? WOLT! Oh Gott! Scheiße! Achso! Weil er dich kritisiert hat? Ne! Er meinte so, du bist doch schon bei Marcel fast eine Woche! Gönn ihm doch ein geiles Knife! Und dann meinte ich, du schaust Marcel schon so lange an! Und du hast ihm schon so lange für ihn! Wo ist denn sein Support an dich? 0, guck mal! Guck mal! 0,06! FN! Genau, ja! Wichtig! Auch cool ARP! Cool ARP! Willst du keine Musik hören, Marcel? Ne! 4 Gold! Ah, das ist halt ein Speck! Minimal! Well-Worn! Müll! Wir gucken nicht, was wir bekommen haben, Isa! Für extra Feeling! Doch, wir sehen es oben leider! Warte! Machen so! Wir sehen nicht, was wir bekommen haben! Ich könnte jetzt Gold zeigen grad, Isa! Achso geht das schneller! Ja! Das geht schneller, ja! Könnt Gold sein! Wir wissen es nicht! Wir sehen es gleich erst! Wir machen extra Nervenkitzel! So, als wenn du 10 Überraschungseier auf einmal auspackst! Könnt Gold bei sein! Könnt wieder Gold sein! Könnt wieder Gold sein! Könnt wieder Gold sein! Könnt alles sein! Alles nur blau! Ich hab meine eigene Mutter! Ich hab's nicht mehr aufgenommen! Ich guck jetzt. Mach schnell. Wieder so eine Müllscheiße, Digga. 50 Euro Overpay. Back to back. Back to back game. Einmal im Leben, bitte. Back to back gold. Back to back, back, back to back. 53.000 Süchtiger auf Montagabend. Ich weiß nicht, wo du hier jemanden Süchtigen siehst, Digga. Bei mir, auf dem zweiten Account hat mir jemand ein Offer geschickt. Im Wert von 4.000 Euro. Mit seinen Skins. Und hat dazu geschrieben, die würde ich verkaufen. Ich hätte einfach annehmen können und 4.000 Euro in meine Tasche. Das ist so dolly eigentlich. Habe ich natürlich nicht gemacht. Also sowas mache ich nicht. Auf Vertrauensbasis, ja. Ja, aber Digga. Er hat das Vertrauen auch auf. 4.000 Euro, Digga. Das ist viel, viel Geld. Was ist gewollt? Was ist gewollt? Gold. Und dein Gold, dann muss auch bei dir kommen. Boah, das war jetzt aber bodenlos viel Blau. Also wirklich. Das Geld ist ja trotzdem viel Geld. 4.000, ne? Natürlich scanf ich dich nicht. Mir könntest du vertrauen, aber es war für alle so. Warte, wie gesagt. Oh! Oh! No way! Motot los. Ja, hier, viel Spaß mit den Handschuhen. Die sind maximal beschissen. 179, ja. Egal. Und es geht weiter. Es wird gearbeitet. Dieses, wofür du so lachst. Oh! Ich würde sehr merken, wenn es das Geld auch landen muss. Ja, das ist also ein Kistenschuss für 2.35. Was? Was heißt das? Wir haben gemeinsam das Konto. Ah, warte. Wir haben kein gemeinsames Konto. Oh, und die Nevis-Sat-Track-Fan? Oh! MW ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Aber ich mag das, das geht nicht. Wir haben schon 3 Mal. Muss ich sagen, bin ich mehr als happy. Oh, Isa ist so müde vom Hobby ausleben. Einmal noch. Okay, ich will nicht zu viel verlangen, wenn es nicht kommt. Game ist auch okay, weil wir haben heute 3 Mal. Aber es wäre so der grüne Abschluss auch. Oh! Zustand? Nicht so. Ja, wir haben jetzt gerade eine gute Phase. Wenn jetzt nochmal einmal Gold kommt oder Rot, das wäre... Pause Champ, Pause Champ, Pause Champ. Pause Champ. Und Gold rein jetzt. Mit der Musik. Mein Glück ist verbraucht. Egal. Schöner Zustand. Ich glaube, Fabrik... Sollte Fabrik noch... Geh mal rauf. Ne. Ey, wie kann die so gut aussehen, Digga? Ist das verrückt bei manchen Skits, ne? Weißt du was? Ist die längste Streeper, die ich hatte ohne Gold. Also wir haben jetzt heute... Um die 600 Kisten haben wir ungefähr geöffnet. Ja, ein bisschen mehr. 700 vielleicht. 700 Kisten. Die längste Serie, die ich hatte ohne Gold, waren 2450 Kisten. Ohne Gold. Ne. Also ich habe heute ausgegeben für Kisten... Nehmt euch da mal bitte kein Beispiel dran. Ausgegeben für Kisten um die 1800 Euro. Plus Schlüssel 1800 Euro. Also 3600 Euro habe ich ausgegeben heute für CSGO. Plus die Trade-Ups. Das darf man auch nicht nochmal vergessen. Ja, ja. Wie viel war das? Also sagen wir mal, 4500 habe ich heute ausgegeben. Messer, durch Messer, durch die drei Gold haben wir drinne. 1700, 1800 Euro maximal. Am Ende, wenn ich Pi mal Daumen, vielleicht ein klein bisschen Plus durch den Stream. Ihr habt heute einen fetten Support rausgehauen. Komm. Also, okay. Du machst erst ein direkt. Aber die AWP ist von Brady da drin. Achso, die Pisten AWP... Oh, bitte. No way. Special Close Forest, was ist das? Müll, Digga. Egal, trotzdem. Egal. Viertelmal Gold, alles gut. Take ich. Aber Zustand ist leider A**sschritze und Preis ist auch A**sschritze. Money. Man, der kann so geiler Scheiß rauskommen und dann kommt... Oh mein Gott, das ist unter 100 Euro. Das ist das Schlechteste, was rauskommen kann. Schade. Es ist wirklich das Schlechteste, das rauskommen. Back to back, komm. Back to back? Back to back. Back to back. Egal. Nee, das ist keine... Das ist SSG. Ey, Chat, das ist das zweite Mal, dass ich aus der Hydra diese Scheiße hier ziehe, ne? Gold, rot. Gold, rot. Gold, rot. Gold, rot. Schütze. Okay. War eine gute Runde. Lasst euch gut gehen. Wiederschauen, Reinger. Und danke für den Support. Kuss, kuss, kuss. Kuss.